Er macht mich schnell. Nein, ich werd vor, ich krieg's direkt vor, weil die Nase gesetzt. Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Curve Fever mit Natsu, Fresh Fries und Rufus als Gast. Hallo. Tschüss. Hast du jetzt allen ernstes Tschüss gesagt? Ja. Ja, weil ich mich beschwerd hab, dass er zu spät Schüss sagt. Er war so klar. Ui, das war knapp. Ja, hat er zu spät. Nein, da oben ist keine Lücke. Hä? Welche Lücke? Nein, ich komm nicht. Dreckige Lache vor der Wind. Rufus leckt schon wieder. Was? Ach komm! Die Linie war da schon vor dir. Ach nee, was du nicht sagst. Wir haben mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass die Linie vor mir da war. Ja. Immer die Seen, die die Gainspray-Info. Warum fährst du denn da rein, wenn da ne Linie ist? Na. Ja, ne Warte. Ja, das wollte ich ihn jetzt nicht fragen, er ist doch sowieso schon wieder angepisst, weil er jetzt wieder auf den letzten ist. Ernsthaft? Okay, ich bin voll in Rot reingefahren, lol. Ich fahr genau in Rufus rein. Ich bin voll in Fresh reingefahren. Wie wahrscheinlich ist das? Ja, das hab ich doch vorhin schon gebracht. Ja, er macht das komische Weiß immer. Na, ich hab halt den Aim-Wall an. Da kann ich direkt Fett zielen. Auf der Reihe macht nur ne Lücke, weißt du? Ja, dass man gar nicht mehr damit rechnet, dass man auch kann. Ei. Alle auf Nasse. Weißt, jetzt schon? Oh, fast. Ist ja noch gar nicht an der Zeit. Millisekunde eher gekommen. Holy Shit. Ich bin schon wieder in irgendjemanden reingefahren. Wir sind zu dritt ineinander gerast. Eiläu, ja unten links. Ja, und ich hab zwei Punkte gekriegt. Ich ein. Ich trau. Alle auf Fresh. Nein, alle auf Nasse. Nein, alle auf Fresh. Wat? Komm Rufus, das ist nicht mehr normal. Du warst oben lang unterwegs. Fick dich. Alter, voll am Ende verlieren, ey. Ohne Witz. Das war ein bisschen zu obvious. Erst ist er oben unterwegs und dann unten. Damit muss man rechnen. Ne, nicht wirklich. Kauf dir besseres Internet, Junge. Ui. Ne, wieso? Ich bezahl ja eh schon meins. Jetzt kommt er auch noch zu mir hier. Boah, Alter. Ich kann Rot sich da eigentlich nicht durchfressen. Du mal langsam eingesammelt, du Pussy, Alter. Kannst mir gar nichts. Du Lackern. Hallo auf Nasse. 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 Rufus leckt sich schon wieder. Never ever. Da war ich schon. Da war ich schon. Alter, eiskalt. Nein. Da warst du selber, Nasse. Ich weiß. Ich dachte, ich schaff das beide Lücken zu nehmen. Aber... Naja. Hallo auf Nasse. Hallo auf Fresh. Nasse, dir ist selbst eine Lücke schon zu viel. Nein. Kann das deine Frau bestätigen? Na. Du Arsch, Alter. Boah, wie schnell ich war. Was denn? Du hast da geleckt, Alter. Was machst du da? Na nicht wahr, Alter. Immer wenn ich bei irgendjemandem, jemandem ausschalte, bin ich gleich... Hab ich gleich geleckt. Ja, schau dir die Folge an, dann siehst du es selber. Also bei mir bin ich ganz normal unterwegs. Ja, bei dir. Schau mal an, ey. Ihr leckt euch bei mir irgendwo durch meine Lücken durch. Da macht er mich fett. Du hast das so nicht durchgekommen. Nein, kein Platz mehr. Lol. Egal. Das läuft. Ich muss eben gehen. Wieso wird fresh auf einmal 19 Punkte? Warum nicht? Punkt take an. Ja, doch an. Bin ich jetzt wirklich in mich selber gefahren? Ja, bist du. Bin in Orange reingefahren. Ja, also mich. Wo schon nichts mehr war, fährst du noch rein. Ja, ich war doppelt zu schnell. Du bist ein Hacker. Bin ich ein Hacker? Oh, du Lacker. Das war viel zu weit weg, fresh. Den musst du näher an die Wand bringen. No, scheiße. Und jetzt zieht MG wieder weg, Alter. Ich hoffe, MG schlippt. Er macht mich schnell. Nein, ich werd vor... Ich krieg's direkt vor mir die Nase gesetzt. Egal. Warte, hey. Irgendwo muss es ja auch ploppen. Ich darf aber direkt vor mir. Du dat note. Alter, was ist hier los? Ihr wart doch schön gegenseitig. Naja, wieder ein Punkt näher ran an MG. Na, ey. Ja, aber mach mal das, was von dir verlangt wird. Auf fresh gehen. Ich muss meine direkten Konkurrenz... Was verlangst du von Rufus? Der hat doch nur 8 Punkte. Stimmt. So, da hab ich's geschafft. Easy. Aber fresh ist als erster. Ja, durch mich. Wow, weil du einmal einholst. Einmal. Da mach ich einmal das, was gefordert ist. Und ich werd nicht mal gelobt. Nein, weil das normal ist. Jetzt sind wir hier im Kindergarten. Ja, wow. Top. Nee, weil ich zuerst auf meine direkten Konkurrenten normalerweise gehe. Naja. Ich muss ja erst auf mich selbst, ja. Nicht nach links raus. Wie du ist... Hä? Was machst du da, MG? Nein! Länger überleben wie alle anderen. Da war gut, MG. Respekt, Respekt. Weil MG hat wieder seine eigene Sache dahinten gemacht, Alter. Und ist nicht auf fresh gegangen. Deswegen hat er auch überlegt. Ich hab fresh ausgeschalten. Was hast du? Ja? Das war ganz klar Nazus Scholz. Muss man einfach so sagen. Nein, ich halt mich selber auf. Upschuldigung. Alter! Jawoll, ich bin... MG ist erst gestanden. Yes! Letzter... Gestorben. Oder vorletzter. Was? Ja, weil Nazus noch vorher gestorben ist. Achso. Da freust du dich. Du bist ein Cheater, Alter. Du machst einfach keine Lücken. Pfff. Fick dich. Ich mach genug Lücken. Wenn du sie nicht triffst, bist du selber schuld. Pfff. Ich will ja nix sagen, aber ich wüsste jemanden, der gewonnen hat. Ja, egal. Es gibt ja eh ein Rematch. Ich will ja nix sagen, aber ich weiß, wer letzter ist. So. Nächste Runde. Komm. Drück mal auf Continue. Schneller. Ja, ich bin doch schon dabei. Ey, Rufus, hör auf mit shoppen. Da hat er eh keine Münzen und beim nächsten Mal ist es eh wieder weg. Rufus. Ich bin doch durch. Nein. Du bist in den Shop drinne. Ja. Hä, ne, bei mir bin ich hier waiting for Horst. Ja. Waiting for Horst. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du Horst heißt. Ich hab gesagt, Horst. Horst. Ja. Bist gleich tot. Jo, Ansage. Danke. Da war ich schon, Rufus. Ähm. Rufus? Was denn? War da nicht was mit du bist gleich tot oder so? Ja, gleich. Wow. Ich frag mich hier gerade, wer hier weh getötet hat. Das ist aber auch so. Ich glaub, die Langeweile hat ihn getötet. Wer ihr geleckt habt. Ja, genau. Was war das denn? Der leckt des Todes oder was? Ja, ja. Von wem? Von dir! Ach, Quatsch. Upsala. Ja, du leckst selber in dich hinein. Ich lecke nicht, ihr leckt. Ja. Du weißt ja, des Games, du bist buggy. Du bist buggy. Nein, da geht's gar nicht weiter. Jawohl. Wurmferst hat er mal gestorben. Nein, da geht's gar nicht weiter. Ja, er stirbt zuerst. Ah, ja, weil ich das schneller erwischt hab. Puh. Ab und zu hab ich halt auch mal Pech. Ach, du stirbst du diese Runde wieder? Ja. Wir werden dicker gemacht. Echt? Juhu. Zumindest kriegt Fresh noch den Punkt. Äh, warum? Ach so, ich dachte, du bist wo reingefahren. Nein, 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 nein. Ich war ja noch ganz bequem. Fuck! Jetzt. Oh nein! Ich hätte doch wohl reingefahren können. Nein! Doch! Oh man, alle auf Nutze. Was? Alle auf Fresh. Und dann auf Nutze. Dann auf Rufus. Alle auf Rufus, der hat wohl Punkte. Oh, können wir die Null halten? Alter! Alter! Rufus hat zumindest immer noch Null. Ja. Da müssen wir eben die Notbremse hier ziehen. Er macht sich langsamer. Da war wirklich jetzt alle da am Start. Ja. Komm ich rum? Nein! Fuck. Er hat die Ameise nen zu großen Wenderadius. Hallo auf Nutze. Hallo auf Fresh. Ich find die Legs so geil. Nein! Ich freu mich selber. Ja, hatte ich auch. Easy zwei Punkte. Wow. Wir können dich locker unter 10 halten. Gerade wieder. Nein! Was machst du denn, Nutze? Ja! Mensch. Hast einen Job. Weißt du, hat drei Punkte und reißt die Kippe auf. Ja. Typisch Rufus halt. Weltmeisterlich. Gekont ausgeschalten. Ja. Da hat er die kleine Gefahr nicht auf sich zukommen sehen. Nein! Ich krieg das Ding nicht. Das Ding. Oh, come on. Ich hab das zweite Schnelle auch noch erwischt. Wieder nass. Leute. Auf einmal war es weg. Alle auf Nutze. Was? Erst auf Rufus, dann auf Nutze. Ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Ja, AMG hast du Angst, dass ich dich noch einhole oder was? Nö. Nicht mal ansatzweise. Warum sagst du dann, dass wir auf mich gehen lassen? Schön, dass keiner hilft bei Natze. Ich hab's probiert, aber... Ja, ja. Trotzdem war es nur immer im Kreis. Ja, ja. Er kommt da durch. Nein! Was ist mit dir? Gut, dass du's angesprochen hast, weil dann ist er halt nicht mehr durchgekommen, ne? Ei, ei, ei. Alle auf Ufus. Nö, Natsze. Da kommst du nicht raus. Da war ich schon. Ah, schade. Fertig rein. Ich weiß. Ja. Geh halt noch mehr auf Natsze, bitte. Ja. Oh, nein. Die Lücke ist so groß. Ich bleib da. Boah! Ey. Da war Natsze schon. Boah! Das war Glück. Ufus unter 10? Eie, eie, eie. Man muss Natsze Gas geben. Er kriegt den Punkt. Natürlich. Du bist ja in mich reingefallen. Ich freu mich selber. Wow! Wat für ne lange Runde. Ich hab hier so viel Platz. Ich weiß gar nicht, woanders liegt. Alle auf Natsze. Nein, nein. Alle auf Natsze. Nein, nein. Alle auf Natsze. Nein, nein. Euch beide gleichzeitig. Ja, ja. Mit Ansage, oder was? Mit Ansage, oder was? Da kommt er durch! Wie viel Lack muss er da haben? Oh, und dann war Rufus da schon. Ja, ihr beide gleichzeitig. Na gut, Rufus ist in sich selber reingefallen. Alle auf Natsze. Klare Rollenverteilung. Rufus dreht sich im Kreis, bis er sich nicht mehr auskennt. Und Natsze, ja, macht den Rest. Echt, Rufus. Wenn du das Ding jetzt nicht gewinnst, bin ich enttäuscht. Wilde Ansage! Ja, den Jungen... Oh, muss er, muss er echt da... Ohne Scheiß, wenn man unter Druck setzt, kann er nichts mehr, der Junge. Was, 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 was? Was? Ich habe nicht damit gerechnet. Das hat man irgendwie in dem, in der neuen Version irgendwie voll oft... Lass mal genau im richtigen Moment die Lücke machen. Oh, und Null! Doch! Nochmal alle auf Natsze. Vielleicht klappt es ja diesmal. Rufus fährt erstmal weg. Wo soll ich denn hin? Ich mach weiträumig zu. Jaja. Immer diese Ausreden. Ohne Scheiß. Verdient, MG, verdient. Ja, dass du... Er kriegt... Keinen Punkt kriegst. Ist klar. Nee, dass du mich erst ausschaltest und dann einfach mal... Ich hab dich nicht als erstes ausgeschalten. Natürlich. Wenn du in mich reinfährst. Ja, weil du mir einen Weg tun hast. Wo hätte ich denn hin sollen, Junge? Weg! Boah! Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ja, bei Rufus nichts kann! Wir bedanken uns fürs Zusehen. Daumen nach oben wäre natürlich geil. Oben in der Infobox sind natürlich noch andere Videos. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nicht so gelangweilt, MG. Ciao! Ciao!